neuer gegner ich tue mein bestes wieder ein toter koholkommando mehr noch ein noch der koholkommandos du machst ihn tot wenn niemand besser geeignet ist kann ich euch behörflich sein noch einer ok jetzt kommt aus der eke mal wieder ein und wieder tot und schon wieder von da oben und schon wieder einer von da haben wir jetzt gerade ruhe quicksave koholkommando weg wenn niemand besser geeignet ist nichts leichter wie kommen wir darüber hin ich glaube von da oben aus ja beinahe unter meiner würde nein ihr braucht man kann es ja mal versuchen wow ich tue mein bestes die zieht sich zurück da kommt von hinten einer den ignorieren wer war immerhin um die ecke ok gut was wollt ihr denn ich verschwinde jetzt äh speicher nicht möglich ist ein monster in der nähe ja ja kann ich jetzt kann ich speichern gut was wollt ihr ja ich habe genug davon äh ich tue mein bestes und ja wir sind wieder beim ausgangspunkt fast das heißt wir können die gruppe vereinen ein nichts leichter als dass die sich diese gruppe entwickelt gefällt mir könnte vielleicht helfen kann ich euch behilflich sein so äh talisa falsche richtung hier lang bitte guckt euch mal die ganzen toten kobolde hier jetzt schon an das ist unmöglich äh hallo es geht dabei denn ich verschwinde jetzt du sammelst mal auch ein paar feuerpfeile ein aber hey ja nichts leichter ist das komm weiter raus genau so das heißt wir haben nur noch diesen einen gang hier der müsste uns da irgendwo rumführen und einmal zurück zu den rittern hoffentlich das heißt wir machen das folgendermaßen immerhin geht vor mit fallen entschärfen was wollt ihr talisa und minsk folgen ihr ja denn ich verschwinde jetzt direkt man kann es ja mal versuchen ich sagte talisa und minsk folgen ihr und der rest deckt den rückzug na dünner hier da vorwärts man kann es ja mal versuchen und ihr beide zieht euch hier um die ecke zurück so das heißt die gruppe ist wieder vollständig und wir können mich kümmern ich habe ganz langsam vorwärts gehen ja gut die zwei folgen du folgst und ihr beide ihr bleibt ein stück zurück und deckt den rückzug genau so ihr deckt den rücken meint ich ja eine ganz tolle taktik du bist ganz normaler kobold was wollt ihr? nichts leichter als das nein aus au was versteht ihr unter rückzug decken? äh und das sind ein paar viele verdammt nochmal was geht hier gerade ab? verdammt nochmal ihr habt für die gruppe die autoritätsperson wir haben nichts zum heilen ja trink mal so ein also keine heilsauber mehr so können wir jetzt ganz in ruhe um diese ecke ok nein können wir nicht Minsk töten so immerhin schärfen was du dahin geh einfach ihr bleibt da stehen was wollt ihr? ich hab genug davon so ja nichts leichter als das ja ich hab genug davon ja ich hab genug davon was wollt ihr? was hat gesessen man kann's ja mal versuchen man kann's ja mal versuchen und ihr zieht euch jetzt um diese ecke zurück ihr habt wie ihr wünscht du weiter nach hinten ich tu mein bestes haltet weiter nach vorne so mich kümmert's nicht ich hab genug davon noch ein paar feuerpfeile und weiter fallen hm hm haut das weg du nimmst wieder deinen Bogen in die Hand sonst muss noch fallen ein feiger Kobold so ja okay ihr beide könnt wieder her ihr könnt ihr das Leben mal retten wow ihr geht um die Ecke ihr geht um die Ecke so ihr versucht vorzustürmen du bleibst auf dem Bogen so und jetzt haut noch den um so mich kümmert's wenn ich verschwinde jetzt obwohl du für das erstmal hier feuerpfeile ein paar was hast du denn dabei magisches Geschoss brauchen wir nicht so unbedingt aber Pfeile wären nicht schlecht so was wollt ihr gut was immer ich schon erledigt ihr braucht meine Hilfe ich tue mein bestes so eure Diener wie ihr wünscht ja so gut wie erledigt wenn niemand besser geeignet ist okay sieht schon mal gut aus guckt euch mal das Labyrinth an was wir schon aufgedeckt haben ich glaube wir sind bald durch ich gut ja nichts leichter als das sehr lange ich kann hier ist blöd was wollt ihr und soweit ich weiß gibt es hier sogar auch eine Falle oh scheiße ihr habt gerufen da feuerball so das hat uns jetzt erst einmal luft verschafft denn ich verschwinde jetzt hoffe ich mal so ihr geht voraus du kommst hinterher ihr bleibt hier am Anfang des Ganges stehen oh ein kompatkommando hat sich überlebt man kann es ja mal versuchen wo willst du hin genau so ist es richtig was wollt ihr gut denn ich verschwinde jetzt du kannst da lang was gut ihr könnt hier ja denn ich verschwinde jetzt nichts leichter als das und jetzt könnt ihr beide nachziehen ah was für ein Heckmeck wenigstens scheinen wir zur Zeit keine Verfolger zu haben die uns von hinten angreifen wollen dafür haben wir ein anderes Problem dafür haben wir ein anderes Problem äh ja ich glaube wenn wir die Rüstung abgeben wollen muss ich nochmal hier rein da einmal rumlatschen und die Rüstung abgeben weil hier ist kein Durchgang wie ich gedacht habe das war nichts leichter als das das machen wir aber dann nachher weil ich habe ja noch äh diese ich habe die Rüstung nicht aufgesammelt ich habe die Rüstung nicht aufgesammelt was? nichts leichter als das ganz toll der Rest wartet hier ich gehe mit Talisa alleine diesen Weg lang obwohl ich denke mal über die das Güllekinddorf bin ich schneller als wie wenn ich einmal hier außen rumlatsche ja beinahe unter meiner Würde wir sind nämlich gleich durch du musst ja denn ich verschwinde jetzt ich darf nur nicht rasten ich muss du kriegst wirklich eins auf die Hörner ich bin ganz so gut er kann ich bin ganz so gut er kann das weglaufen nein ja hier war nicht so jetzt wird's interessant wow wo läuft die läufst du hin ja hier jetzt müssen wir nämlich oh nö jetzt kommt tatsächlich doch einer von hinten ja was wollt ihr einer unter meiner Würde was? ok du sprichst schon mal den Segeln du machst schon mal den Gesang hier ist nämlich ein verdammter Magier ja gut ihr habt gerufen du da auf den du da auf den ok alle tot äh nicht so toll gut nochmal das ganze also ich würde am liebsten vorher einmal rasten aber ich glaube das geht nicht was? so gut so deswegen spreche ich jetzt den Gesang ja gut und versuche mal alles anzulocken zu locken ok vorlesen kommt kommt wieder viel zeug was wollt ihr? ich fürchte ich brauche Hilfe scheiße vorlesen kommt viel zu viel ja ja ja